Braucht es heutzutage eigentlich noch eine externe Soundkarte? Genau diese Frage habe ich mir in den vergangenen Wochen auch gestellt. Bislang habe ich auf den Onboard-Soundchip meines Mainboards das Z270 Gaming Pro Carbon von MSI mit dem Realtake ALC 1220 vertraut oder eben die verbaute Soundkarte meines Headsets genutzt. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich mit dem Sound bis jetzt immer recht zufrieden war. Allerdings habe ich in den letzten Monaten durch verschiedene Headsets und Kopfhörertests auch gemerkt, dass richtiges Hören erst einmal gelernt werden muss. Und hat man sich erst einmal an ein richtig gutes Klangerlebnis gewöhnt, möchte man das gar nicht mehr missen. Doch was ist überhaupt ein richtig gutes Klangerlebnis? Viele Hersteller von vor allem Gaming-Headsets bewerben ihre Produkte zum Beispiel mit einem besonders kräftigen Bass, der euch das Schlachtfeldfeeling eines Battlefield V noch cineastischer um die Ohren haut. Doch genau diese zum Teil überschwitzten Voreinstellungen haben in der Regel eigentlich nicht viel mit der Realität zu tun. Viel eher kommt es auf ein ausgewogenes Klangbild an, bei dem sich die Höhlen, die Mitteltöne sowie die Bässe die Waage halten und es keine großartigen Ausreißer gibt. Denn genau das ist das eigentliche Ziel, das man mit einer externen Soundkarte möglichst erreichen möchte. Das Soundblaster X G6 von Creative kostet rund 150 Euro und ist damit bereits teurer als die meisten Headsets, die über eine integrierte Soundkarte verfügen. Entsprechend wird klar, dass sich ein solches Stück Hardware an Spieler- oder Musikenthusiasten richtet, die wirklich guten Sound genießen möchten und entsprechend auch hohe Ansprüche stellen. Genau diese Soundkarte von Creative habe ich jetzt einige Wochen lang testen können und möchte in diesem Video versuchen, euch meine bisherigen Erfahrungen mit dieser Box mitzuteilen. Das G6 kommt mit einem USB- und einem Tosslink-Kabel daher und wirkt weder sonderlich schick noch besonders hässlich designt. Durch das unauffällige Design passt die kleine Box wohl auf so gut wie jeden Schreibtisch ohne zu stören. In puncto Verarbeitung hätte es dann aber doch ein wenig mehr sein können, schließlich besteht das gesamte Gehäuse aus Plastik, während der Lautstärkeregler aus Leichtmetall gefertigt ist. Das X des Logos, genau wie der Lautstärkeregler, können beleuchtet und via Software farblich angepasst oder durch die vier verschiedenen Effekte auf die eigenen Vorlieben eingestellt werden. Die Unterseite der 114 Gramm leichten Box besteht aus schwarzem Gummi, damit das G6 auch auf glatter Oberfläche nicht verrutscht. An der Seite befindet sich zum einen ein Button für den Scout-Modus, wodurch Gegner bereit zu hören sein sollen, bevor ihr diese überhaupt seht, im Grunde also virtueller 5.1 bzw. 7.1 Sound, der meiner Meinung nach mehr Spielerei ist, als dass er Sinn ergibt. Mittlerweile würde ich guten Stereo-Sound bei einem Kopfhörer oder Headset jederzeit virtuellem Surround-Sound vorziehen. Wie gesagt, muss man richtiges hören, erst einmal lernen und ich versuche mich schon lange mit diesem Thema auseinanderzusetzen und mir auch neues Wissen anzueignen. Mit dem SBX-Knopf aktiviert ihr das DSP-Profil und schaltet Effekte hinzu. Während der Gain-Regler die Ausgangsspannung am Kopfhörer-Ausgang steuert. Denn das G6 bietet einen Widerstand von nur 1 Ohm und unterstützt Kopfhörer von bis zu 600 Ohm, wodurch auch schwächere Kopfhörer ordentlich Power bekommen. Für normale Kopfhörer bis 32 Ohm reicht diese Impedanz auf L vollkommen aus. Bei einem guten Studio-Kopfhörer mit einer höheren Impedanz sollte der Gain-Regler aber auf H gestellt werden, wodurch mehr Spannung anliegt. Die Software SoundBlaster Connect bietet euch einen 10-Band-Equalizer, womit ihr eigene Profile erstellen könnt, von denen bis zu 3 auf der G6 gespeichert werden können. Hier könnt ihr unter dem Punkt Beleuchtung außerdem das Logo und den Lautstärkeregler in einer Farbe eurer Wahl beleuchten oder Effekte hinzuschalten, damit sich die Farben beispielshalber passend zur Musik verändern. Zudem könnt ihr auch hier zwischen Stereo, 5.1 und 7.1 Sound sowie dem Ausgabemodus wählen. Schaltet ihr auf die Option direkt, erhaltet ihr Audio in seiner reinsten Form direkt von der Quelle. Audioeffekte werden hier nicht auf die Ausgabe angewendet. Natürlich kommt es dann entsprechend auf die Qualität des Ausgangsmaterials an. Generell gilt sowieso, dass, wenn das Ausgangsmaterial schon in schlechter Qualität vorliegt, auch eine gute Soundkarte nicht mehr sonderlich viel retten kann. Der Klang des G6 ist im Vergleich mit einer Onboard-Lösung deutlich besser und selbst günstigere Kopfhörer oder Headsets profitieren durch die höhere Lautstärke sowie die hörbaren Klangverbesserungen. Doch vor allem mit einem richtig guten Studiokopfhörer zeigt das G6 seine Muskeln und bietet auch ein Klangerlebnis mit einem größeren Umfang sowie Volumen samt klarer Höhen, definierten Mitteltönen und einem richtig vollen Bass. Ich nutze hier übrigens das DT770 Pro von Biodynamic mit 250 Ohm. Es gibt noch einen ziemlich großen Pluspunkt, der dafür spricht, weshalb das G6 für euch sinnvoll sein könnte. Denn das G6 kann nicht nur am PC, sondern auch an einer Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch betrieben werden. Dadurch habt ihr also die Möglichkeit, deutlich besseren Sound aus euren Konsolen herauszukitzeln. Möchtet ihr ein eigenes Profil auf eurer Konsole nutzen, muss dieses vorher allerdings erst einmal auf dem PC erstellt bzw. konfiguriert werden. An Anschlüssen stehen jeweils ein 3,5 mm Line-In sowie Line-Out, eine 3,5 mm Kopfhörerbuchse und eine 3,5 mm Eingangsbüchse für ein externes Mikrofon zur Verfügung. Damit die Box an die verschiedenen Geräte angeschlossen werden kann, gibt es zudem einen Micro-USB-Anschluss. Insgesamt stehen euch bei dem G6 also sämtliche Möglichkeiten zur Verfügung, die von einer vollwertigen Soundkarte erwartet werden und ihr benötigt, um den bestmöglichen Sound aus euren jeweiligen Systemen zu gewinnen. Wenn ihr mit eurem Onboard-Sound bereits zufrieden seid, dann solltet ihr die knapp 150 Euro lieber sparen. Doch wenn ihr bereits einen guten Studio-Kopfhörer, euer eigen nennt oder einfach richtig guten Sound genießen möchtet, dann ist das G6 tatsächlich eine ziemlich gute Investition, die eurem Setup ein Klangerlebnis verpassen wird, das ihr nicht mehr missen möchtet.